Und dann zur Reaktion auf die Bundesliga Saisonprognose, absolutes Pflichtprogramm, jedes Jahr aufs Neue, jede Saison aufs Neue. Habt ihr die Prognose, also die Prognose vor der Saison ein bisschen zusammengeschnitten, eingefügt vor den jeweiligen Klubs, die ich dann anspreche und eben darauf reagiere, wie sie abgeschnitten haben und wie ich es getippt habe. Und natürlich am Ende wieder die Auswertung, wie viele Plätze Unterschied, wie viele Plätze genau richtig getippt. Und ich kann schon mal sagen, ich habe es ja ausgewertet, es ist ja ganz klar, es hätte echt schlechter laufen können. Auf Platz 18 der VfL Bochum. Teure Abgänge, Kader und Voraussetzungen, schlicht und ergreifend am schlechtesten von der gesamten Liga. Haben auch, muss ich betonen, den Goat Förster geholt von uns, ganz frech. Starker Trainer, hat sie drin gehalten letzte Saison. Ziel ist Klassenerhalt, ist aber halt für viele der Abstiegs-Handard Nummer 1. Ist auch die zweite Saison nach dem Aufstieg auch nicht einfach. Bochum auf der 18 natürlich falsch, haben sich drin gehalten. Auf Platz 14 vier Plätze besser. Trotzdem, glaube ich, keine Schande, die da hingetippt sind. Vor der Saison bin ich der Einzige, dass sie zumindest mal auf Abstieg getippt hat, die Bochumer. Und trotzdem natürlich einer der Fails meiner Prognose, kann ich schon mal sagen. Und haben uns auf jeden Fall überrascht. Auf Platz 17 der FC Schalke 04. Auch wieder ein großes Leider, weil ich würde es mir nicht wünschen, dass wir absteigen. Ist ein Aufsteiger, hat einen ganz ordentlichen Kader zusammen. Schröder macht da echt einen richtig guten Job bei Schalke. Frage ist eben um die Qualität. Treffen, Tirodde, Triften, Poltern, so diese Geschichten. Trainer auch, mit Frank Kramer bestimmt eine Nummer 1-Lösung gewesen bei Schalke. Auch da die Frage, Kandidat für die erste Trainerentlassung, sagen wir es mal so. Klassenerhalt sehe ich sehr schwierig. Was es rausreißen könnte, wäre vielleicht eine frühe Trainerentlassung. Wir reden, was da eben als Trainer nachkommt. Und eben vor allem die Fans und der Hype durch den Aufstieg. Zweidiger Meister, die Fans sind da, da wird jedes Spiel ausverkauft sein, auswärts richtig Support dabei sein. Schalke sticht, genau richtig. Ich finde natürlich trotzdem weiterhin schade, dass Schalke runter ist. Schalke wird fehlen. Ich glaube, trotzdem viel Richtiges gewesen in der Prognose. Probleme mit Offensive angesprochen, das hat gepasst. Frank Kramer gecallt. Ich meine, das war auch recht obvious. Ich glaube, die meisten haben sich gedacht, was haben die davor mit Frank Kramer. Trainerentlassung auch angesprochen, weil ey, wer weiß, wenn Reis ein paar Spiele eher kommen, vielleicht kann er es nochmal retten. Aber auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle gespielt. Die Trainerentlassung richtig angesprochen. Und auch, wo wir mit dem Thema Rolle sind, eine große Rolle gespielt, natürlich auch angesprochen, waren die Fans. Auf Platz 16. Hertha, BSC, Berlin. Einfach gerade durchaus der Chaos-Glub der Liga. Man kann es nicht anders sagen. Und das ändert halt irgendwann den Abstieg. Wie gesagt, das hier HSV, Bremen und wir. Kader und Transferphase, für mich auch so nix Halbes und nix Ganzes. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Genauso auch mit Schwarz als Trainer. Weiß ich nicht, ob der der große Retter in Berlin ist. Wenn du in die Pokalplamage reingehst und dein Doppel verlierst, noch eine Woche drauf. Ist sowieso schon immer Unruhe drin, gerade bei dem Verein. Hertha, BSC. Und da kam es dann sogar noch schlimmer, als ich getippt hätte. Nämlich direkter Abstieg auf 18 statt Relegation. Relegation, Kader angesprochen, Transfers angesprochen, auch Trainer angesprochen. Wir haben wirklich recht lange festgehalten an Sandro Schwarz. Die, glaube ich, voll in Ordnung die Prognose. Auch wenn natürlich 16 hätte die Chance gegeben, auf direkter Klassen halten. So sind sie natürlich halt direkt abgestiegen. Platz 15. Der FC Augsburg. Kandidat für Relegation, vielleicht sogar auch für Abstieg. Einfach aus dem Simpen-Argument, dass sich Augsburg wirklich immer drin hält. Scheiß auf Kader, Scheiß auf Trainer, Scheiß auf die Saison. Die halten sich wirklich ums Verrecken immer drin. Kader, finde ich, ist jetzt nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Trainer ist halt unklar, kommt von BVB 2, hat noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung. Ganz neue hier. Und zack, genau richtig, der FC Augsburg. Wobei es bei denen ja irgendwie auch fast klar ist. So, Augsburg rennt echt jedes Jahr aufs Neue auf 14 oder auf 15 ein, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, glaube ich, Grund dazu, habe ich hier sehr zufrieden mit der Prognose zu sein. Platz 14. SV Werder Bremen, der zweite Aufsteiger, aber eben der Aufsteiger, der für mich drin bleibt. Oft ist es ja so, dass einer direkt wieder runter geht und einer bleibt drin. Gutes Transferfenster. Drei Defensive mit ablösefreien Transfers von Pieper und Stark. Duxch und Füllkrug. Musst du gucken, ob die treffen. Da habe ich aber durchaus mehr Vertrauen als jetzt beispielsweise in Polter und Terodde. Trainer passt für mich auch, Ole Werner. Hype ist aber auch da, weil der Aufstieg da ist. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl bei der Bremen. Werder Bremen. Und das sage ich einfach mal ganz frech, ein Platz ist kein Platz. Nimmt man absolut mit. Klassenerhalt als Aufsteiger. Auch wieder echt gute Prognose, muss ich sagen. Ein Aufsteiger bei drin, habe ich auch angesprochen. Ist ja meist so und war diese Saison auch wieder so. Bin jetzt nicht so weit gegangen mit Torschützenkönig bei Füllkrug zum Beispiel. Aber zumindest habe ich Duxch und Füllkrug auch angesprochen. Platz 13. Der VfB Stuttgart. Letzte Saison, wir wissen es, last minute. Klassenerhalt war unfassbar gegen Köln. Das war irgendwie sonst was. Aber diese Stimmung und auch vor allem noch mehr diesen Zusammenhalt über die gesamte Saison muss man mitnehmen. In einem talentierten Kader. Junge Wilde am Start. Fragezeichen natürlich bei Karl Leitsch und bei Soße. Ob die bleiben, ob die gehen. Dann müsste da noch das Herz geholt werden. Gerüchte um den Innenverteidiger. Backup ist ja da. Das ist so wie es ist in den Positionen, wo mir noch was fehlt. Weil der Ratz war als Trainer top. Hat auch komplett das Vertrauen bekommen. Vorballung war super. Nur Siege in den Testspielen. Pokal weitergekommen in Dresden. Saison-Saison ist sozusagen so mittelschwer. Dann kommen wir, der VfB. Und wie auch angesprochen oder erhofft in der Saisonprognose. Und jetzt eben gemerkt, dass es wieder nicht der Fall war. Ist nämlich das Thema, einen Effekt mitnehmen. Eine Hoffnung mitnehmen. Ein Gefühl mitnehmen, was durch den gesamten Verein geht. Weil das Legendo-Tor war ja ein Ruck durch den gesamten Verein. Zumindest in der Situation dann. Aber am Ende halt absolut nichts davon rübertragen können. Die neue Saison. Am Ende natürlich daneben. Weil Relegation und eben kein direkter Klassenerhalt. Aber muss man generell sagen, da unten war es ja saueng. Punkte habe ich ja hingeschrieben. Sau, saueng. Ich glaube, der Sieg gegen Hoffenheim zum Beispiel. Sieg statt unschieben. Wir wären, glaube ich, wirklich auf 13, 12 oder so eingelaufen. Also das hätte zwar quasi genau gepasst. Das war echt, echt nicht weit weg. Trotz natürlich, ne, Unterschied zwischen Klassenerhalt, Direktor, Klassenerhalt und gefühlten Fiebertraum. Weil Materazzo damals die Saison gestartet und dann seither insgesamt vier Trainer. Auf Platz 12 der 1. FC Köln. Das ist ja komplett überragt. Durchaus überperformt, glaube ich. Stimmen mir auch die meisten zu. Kader, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht der Wahnsinn? Sehe ich irgendwie auch in einem Durchschnitt. Großer Aspekt ist da natürlich Baumgart als Trainer. Ich denke, so hoch hinaus geht es nicht bei Köln dieses Jahr. Aber auch jetzt nicht direkte Abstiegsgefahr. Köln. Auch wieder ein Platz ist kein Platz. Nämlich komplett mit Prognose passt. Ich bleibe dabei, Baumgart wirkt da wirklich fast Wunder dort. Und ich bleibe auch dabei, dass der Kader, ja, wirklich einfach durch Baumgart sehr, sehr aufgewertet wird. Auf Platz 11 der FSV Mainz 05. Teure Abgänge hatten. Gerade in der Infotagung mit Niakate und Sam Schüst. Die haben es aber wohl ersetzt bekommen, würde ich meinen. Das sieht ganz okay aus. Kader geht für mich vollkommen in Ordnung. Mit 12, das ist ein passender Trainer, der wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit macht da. Kann sich viel zu Mainz sagen. Für mich riecht es wirklich komplett, wenn ich mir Kader anschaue und so weiter. Riecht das für mich komplett nach Durchschnitt und komplett nach Mittelfeld. Mainz 2-Plätze-Unterschied ist, glaube ich, auch noch voll in Ordnung. Hatten auch mal Chancen auf ein bisschen mehr, dann eben diese schwächere Endphase der Saison. Irgendwie nach diesem Sieg gegen die Bayern ein bisschen schwächer geworden. Mainz, glaube ich, wirklich nett gemeint. Generell einfach Definition für Mittelfeldklub. Die kann es, glaube ich, immer recht solide irgendwie auf 10, 9, 8, 11 tippen. Und fährt es damit, glaube ich, echt immer recht gut. Auf Platz 10 Union Berlin. Immer überrascht, jetzt sogar in der Europa-Liga landet Platz 5. Wenn du da in der Gruppenphase rausfliegst, dann hast du die halt auch nicht mehr allzu lang, diese Dreifachbelastung. Siehe Union, klar, wichtige Abgänge. Avonin nach England, Prömmel, ablösefrei verloren. Aber wie man Union kennt, egal was sie holen, es schlägt gefühlt immer ein. Es funktioniert immer. Haben starken Trainer mit Urs Fischer am Start. Und hier sehe ich auch Mittelfeld. Ich denke nicht, dass sie in Richtung Europa wieder schielen werden, diese Saison. Und jetzt kommt halt ein kompletter Vollbruch mit Union Berlin. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen meine leichte, manche würden vielleicht leicht sagen, ein bisschen stärkere Union-Abneigung. Aber ey, ich denke mir vor der Saison, irgendwann muss halt mal eine schwächere Saison kommen. Und sie kommt halt einfach nicht aufgestiegen und kontinuierlich sich jedes Jahr verbessert. Den will ich sehen, der vor der Saison Union auf Champions League getippt hat. Das ist auch noch wieder so ein Thema. Klar, Union, ich spreche das oft genug an, überperformen, krass. Ich glaube, wenn man hier zu erwartbare Punkte nimmt, haben sie, glaube ich, 20 Punkte mehr geholt, als die Statistiken ihnen gegeben hätten. Aber trotzdem, sie machen eine krasse, krasse Arbeit dort. Natürlich, logischerweise, kommt mit reingeschissen mit der Prognose, sechs Plätze Unterschied. Und die zocken jetzt einfach Champions League. Platz 9, Borussia Mönchengladbach. Manche haben sie vielleicht ein bisschen höher getippt. Für mich ist aber so ein bisschen der Kader das große Fragezeichen. Weil da ist die Frage, gehen noch mehr? Jetzt ist Mbolo weg, geht noch mehr? Kommt noch was? So der Kader, keine Ahnung. Das ist ja quasi der gleiche wie letzte Saison. Trainer muss man mal sehen mit Daniel Farke, auch völlig neu in der Bundesliga. Irgendwie habe ich bei Gladbach nicht das Gefühl, als wenn die da ganz oben Anschluss finden, trotz dieser völlig freien Saison. Trotzdem ist für mich so ein, naja, weiß ich nicht. Gladbach, da fange ich mich wieder in der Prognose. Nur einen Platzunterschied nehme ich. Glaublich, die Saison kann man auch echt nach der Saison so beschreiben, wie ich es vor der Saison beschreibe. Mit diesem weiß ich nicht. So weiß ich, was ich von Gladbach erwarten soll, was die mir geben sollen, was da passieren soll. Weil es war echt wenig. Nie wirklich ernsthaft um Europa gespielt. Und ja, der Trainer ist auch schon wieder Geschichte. Auf Platz 8, die TSG Hoffenheim für mich. Kader ist gut, finde ich. Ist auch nichts krasses. Raum ist noch verloren an Leipzig für viel Geld. Breitenreiter ist für mich ein großes Thema, weil ich finde, dass der durchaus underrated sein könnte. Mal gucken, ob mir der Take auch um die Ohren fliegt. Aber der könnte durchaus underrated sein. Der hat wirklich gute Arbeit geleistet, finde ich, auch in Hannover. Auch auf Schalke finde ich die Verhältnisse echt okay. Klar, bei Paderborn auch sehr gut gewesen. Mit Zürichs erst mal seit Jahrhunderten gefühlt. Die Meisterschaft geholt. Der macht schon einen guten Job. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich tippe auf Platz 8, also knapp an Europa dran. Hoffenheim. Da kommt der nächste Negativ-Kracher in die Sessorprognose. Aber auch hier zu meiner Verteidigung. Wer hätte das gedacht, dass sie bis zum vorletzten Spieler ganz, ganz tief da unten drin steckt im Abstiegskampf. Breitenreiter bleibe ich dabei. War echt eine interessante Idee. Ich hatte da echt Hoffnung. Am Anfang lief es ja auch echt ordentlich. Dann halt überhaupt nicht mehr Materazzo übernommen. Am Ende natürlich auch nochmal Quatsch. Knapp an Europa dran. Komplett daneben. Vier Punkte oder vier Plätze. Unterschied. Auf Platz 7 der SC Freiburg. Ginter ablösefrei für Schotterbeck geholt. Das ist ein richtig starker Transfer, richtig starker Ersatz. Kyrie geholt. Auch Doan geholt. Sehr, sehr ordentlich. Streich sowieso. Top Trainer müssen wir nicht drüber reden. Jetzt tatsächlich Europa League. Und für mich hat sich dann dadurch auch, oder in den letzten Jahren generell, der Anspruch verschoben. Sag ich euch, wie es ist. Das ist für mich nicht mehr dieser kleine Abstiegskandidatenverein von nebenan, so wie sie auch so ein bisschen selber sich präsentieren. Dafür ist der Kader einfach schlicht zu gut mittlerweile so. Ich glaube, wenn ich das nochmal Europa League wird, sehe aber auch nicht viele andere Klubs, die wirklich europäisch sich qualifizieren sollten. Und da gehört Freiburg irgendwie doch dazu. Deswegen Platz 7. SC Freiburg. Es sind nur zwei Plätze Unterschied. Also in Ordnung so, aber trotzdem natürlich ein bisschen deutlichere zwei Plätze. Wenn man in die Tabellenregion geht, dann kurz vor Champions League gewesen in der Saison, am Ende Europa League. Und Platz 7 ist, glaube ich, wäre eben Conference League. Also zwei Plätze Unterschied, aber der Saisonverlauf springt halt zwischen drei verschiedenen Wettbewerben. Also Freiburg ist, wie gesagt, bleibe ich dabei und zeigen sie ja auch nicht mehr dieser kleine Klassenerhaltsverein von nebenan, sage ich mal. Ich sage zwei Punkte, okay, oder zwei Plätze Unterschied, okay. Aber macht eben trotzdem nochmal ein bisschen mehr Unterschied mit diesen drei Wettbewerben. Auf Platz 6 der VfL Wolfsburg, was ein deutlicher Sprung nach vorne wäre im Vergleich zur letzten Saison. Die war ja wirklich nicht gut. Die war sehr enttäuschend für die Wölfe. Hier, wie auch bei Gladbach angesprochen, könnte es sehr wichtig werden, dass eben kein internationaler Wettbewerb am Start ist bei Wolfsburg. Man kann sich voll auf die Bundesliga fokussieren. Die haben einen starken Kader, jetzt auch im VfW-Bezug. Ist ja immer Musch zurückgekehrt zu Wolfsburg, vielleicht spielt er auch eine Rolle. Und auch schon im Winter, um sich auch so ein bisschen den Abschiedskampf noch weiter vom Hals zu halten. Haben sie auch da schon gut zugelegt, auch da schon eine heftige Transferphase gehabt. Guter Neuzugang auch auf der Trainerposition. Niko Kovac ist zurück in der Bundesliga. Das klappt, glaube ich, in Wolfsburg. Ein guter Trainer. Und ich sehe die Chance, dass da nicht in diese Lücke vom europäischen Fußball rein gehen, die eben die Vereine aufmachen, die letztes Jahr da waren. Weil Köln, Union, Freiburg, wie gesehen, habe ich jetzt nicht direkt wieder auf 5, 6, 7 getippt. Wolfsburg. Wieder zwei Plätze und auch da wieder deutlicherer Unterschied. Weil am Ende ist es halt kein Europa. Man kann es auch nicht, oder kann immer noch nicht groß bewerten, ob ich Kovac jetzt gut finde bei Wolfsburg oder nicht. Ob er wirklich einen guten Job gemacht hat oder nicht. Natürlich besser letzte Saison, ganz klar. Aber weiß ich, ob das am Ende trotzdem ein gutes Saison war aus Wolfsburgers Sicht. Und natürlich bei denen eben, wie gesagt, deswegen ist die Prognose trotzdem hier auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ich weiß, sie hatten es in der Hand. Sie hätten europäisch spielen können, Europa League, mal mindestens Conference League. Gewinn gegen die Hertha. Und du bist, glaube ich, wirklich Europa League. Und die haben halt zu Hause verloren gegen feststehende Absteiger. Ganz wilde Nummer, ganz komisch gejokt am Ende. Sonst wäre Platz 6, glaube ich, wahrscheinlich echt genau das Richtige gewesen. Deswegen auch hier zwei Plätze Unterschied, aber am Ende des Tages, über die Saison gesehen, ordentliche Prognose. Auf Platz 5, Eintracht Frankfurt. Bundesliga letztes Jahr lief nicht so ganz. Dafür holt man eben mal kurz die Euro League. Also nochmal einfach eine geile Aktion gewesen, muss man so sagen. Champions League Kader haben sie extrem stark aufgerüstet. So Götze, Colomuani und viele weitere geholt. Und ich finde, die sind ready. Die sind auch ready für Dreifachbelastung. Es ist nichts Neues für die. Interessant auch hier, VfW-Bezug, Ex-VfBler Onguene geholt. Ablösefrei aus Salzburg war es, glaube ich. Frankfurt sehe ich sehr viel möglich. Nicht ganz Champions League, die spielen sie ja eh schon. In der Liga vielleicht nicht direkt in die Top 4 rein, aber auf jeden Fall wieder Europa League für die nächste Saison. Da gehören sie irgendwie auch hin. Frankfurt. Und ich glaube, da hatten viele, wie auch ich, nach dem Europa League Sieg und dann eben Champions League gespielt. Echt, echt Hoffnung. Oder manche vielleicht ein bisschen überschätzt. Da bin ich zumindest frieden, dass ich sie nicht in die Champions League getippt habe. Haben, glaube ich, auch mal nicht getan. Aber ich glaube, am Ende nicht die zufriedenstellendste Saison für Frankfurt in der Bundesliga. Klar, europäisch passt. Conference League immerhin. Und ich habe sie auf Euro League getippt, das hätten sie auch schaffen können. Aber eben über den Pokal, den sie eben nicht gewonnen haben, glaube ich, am zufriedensten bin ich, dass ich sie nicht in die Champions League getippt habe. Und deswegen gehe ich auch mit der Prognose echt in Ordnung. Auf Platz 4 Red Bull Leipzig. Letzte fünf Saisons immer Champions League gespielt. Und so ist auch der Kader. Das ist ein Champions League-Kader. Jetzt auch noch Raum dazugeholt für gutes Geld. Und was man eben sagen muss diesen Sommer, das ist wirklich eine Masterclass in Sachen Abgänge, in Sachen Einnahmen. Adams, 20 Millionen eingenommen. Huang, 16,7 Millionen eingenommen. Gut, Montiel ist noch so ein anderer Fall. 12 Millionen zu PSG, das ist noch okay irgendwo. Und Braubay einfach, das ist das große Ding. Letzten Sommer geholt von Ajax, ablösefrei. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt geht es zurück zu Ajax. Und sie kriegen 16,35 Millionen für ihn. Wahnsinn, was sagt, abgegangen ist auf dem Transfermarkt für die Tedesco. Mal sehen. Letzte Rückrunde lief. Pokalseger geworden. Aber es ist halt doch so ein bisschen, wie man es auch von Schalke vielleicht noch kannte, von Tedesco. So ein bisschen Ergebnisfußball. Also schön und perfekt ist was anderes in Leipzig. Ich glaube, die werden nicht an die Bayern hoch rankommen. Aber trotzdem weiter Champions League. Leipzig und auch da der nächste Fiebertraum. Da hat einfach Tedesco die Saison begonnen. Tedesco war die erste Trainerentlassung. Ganz, ganz wild. Da aber auch wieder gute Prognose, finde ich. Ich habe auch da Tedesco nicht so ganz getraut, dem Spielstil und allem. Und am Ende war Champions League ein Platzunterschied. Völlig in Ordnung, was man sagen muss. Unter Rose, wenn man nur die Tabelle unter Rose nimmt, wären sie tatsächlich viel enger im Titelkampf gewesen mit Dortmund und Bayern, als ich sie vielleicht in einer Prognose, denen das zugerechnet hätte. Auf Platz 3, Bayern 04, Leverkusen. Konnten ihre Top-Spiele erhalten mit Schick und Diaby zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz großes Plus für Leverkusen. Und der Kader ist wirklich richtig stark besetzt. Also ich bin wirklich großer Fan von dem Kader tatsächlich. Trainer mit Ceoane in die zweite Saison geht da rein mit Leverkusen. Letzte Saison Champions League geschafft. Qualifikation für Champions League geschafft. Das haben sie auch die letzten Jahre davor nicht immer geschafft. Die große, komplette Pokal-Blamage. 4 zu 3 rausgeflogen in Elfersberg. Das hat mich komplett überrascht. Und macht so ein bisschen, ja, mein Take kaputt. Weil ich wollte ja eigentlich noch fast höher hinaus mit Leverkusen. Dachte auch, vielleicht sogar Platz 2 möglich. Nicht an die Bayern ran, nicht erster, ne. Aber vielleicht sogar mal Platz 2, Vizekusen zurück. Pokal hat da ein bisschen, ne. Man darf Pokal auch nicht überwerten. Vorbereitung generell auch nicht überwerten. Aber deswegen bin ich auf Platz 3 zurückgeblieben. Mal gucken, wie es Saison wirklich laufen wird. Leverkusen. Das ist schon wieder ein deutlicherer Unterschied. Und auch irgendwie schade, weil ich hatte echt, echt Aktien in Leverkusen. Und jetzt Fan zu sein oder so, ne, ganz klar. Aber hatte echt Aktien in die geiler Kader, junger Kader, schneller Kader. Guter Offensivfußball. Aber dann am Ende halt irgendwie mit Suane lief es überhaupt nicht. Das konnte, glaube ich, auch keiner richtig absehen, dass es da gar nicht laufen wird. Und da Alonso immer noch Europa League geschafft. Jetzt am Ende keine Champions League. Ich habe wirklich, wirklich belieft in Leverkusen. Am Ende hat es nicht sein sollen. Drei Plätze Unterschied. Und damit eben folgerichtig auf Platz 2 Borussia Dortmund. Hallen zu ersetzen, das ist natürlich da quasi unmöglich gewesen. Haben aber wirklich auch ein starkes Transferfenster gehabt. Schlotterbeck geholt, Süle geholt, Ademi geholt, Aller geholt. Auch Top-Transfer. Da eben diese riesen Tragik jetzt mit der Ausfallzeit. Natürlich hier auch gute Besserung an den Kollegen. Und da eben jetzt die große Frage, was kommt im Sturm? Was machen sie noch? Können sie das ersetzen? Fragezeigung für mich auch bei Terzic, muss ich so ehrlich sagen. Er ist diesmal nicht der Retter in dem Sinne. Also er hat damals übernommen, Pokalsieg, völlige Hype-Phase eingeläutet. Doch in Champions League kommen mit Dortmund. Da geht es anders. Jetzt ist er halt von Beginn an vor der Saison da. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung jetzt auch an Terzic. Man hat einfach ein gewisses Bild, einen gewissen Hype. Wenn dieser Name jetzt bei Dortmund wieder am Spielfeldrand steht. Nach eben auch dem Jahr Rose jetzt. Weiß ich aber trotzdem nicht, ob das so vom Saisonbeginn an diesen selben Effekt mitnimmt, wie damals, als er eben interimsmäßig bis Saisonende übernommen hatte. In der Saison eben. Habe so ein Naja-Gefühl bei Terzic. Weiß ich nicht. Mit wirklich Fan vom Transferfenster hätten ich die Bayern quasi noch mehr abgerissen, die ja jetzt an gleich kommen. Und an die Dortmund einfach auch die Saison nicht rankommt. Da glaube ich nicht dran. Und am Ende nochmal zwei Volltreffer, weil Dortmund auf zwei ist richtig. Damit bleiben auch die Bayern auf eins. Zwei Volltreffer. Auch hier, ich sage mal, keine Masterclass der Saisonprognose. Weil viele tippen, glaube ich, die Bayern auf eins, Dortmund auf zwei. Aber beim BVB auch viel Richtiges dabei in der Prognose. Ich war mir tatsächlich um Terzic nicht so sicher. In der Hinrunde hat es, glaube ich, auch gepasst. Die lief er nicht so. Rückrunde halt der Take dann falsch. Die war echt, echt stark. Punktgleich. Platz zwei am Ende halt nochmal dick, dick, dick. Die Meisterschaft, ja, gejokt. Damit auf Platz eins. Alle Jahre wieder. Langweilig wie sonst was. Aber so ist es halt. FC Bayern München. Da sieht auch die Platzierungen hier in der Grafik ganz lustig aus. Einfach 1-1-1-1-1-1-1. Was willst du denn machen? Führt eben an denen kein Weg vorbei. Klar, Lewandowski-Ersatz. Die Lewandowski-Tore musst du erstmal ersetzt bekommen. Dafür war halt das Transferfenster echt heftig. Das ist irgendwie für die Bayern auch ein krasses Transfer. Minus, in der sie bisher reinlaufen. Das kennt man so gar nicht in den letzten Jahren. Aber sie können es sich halt auch leisten. Also es ist gar nicht irgendwie negativ gemeint. Mané, Delir, Gravenberg, Masraoui geholt. Jetzt auch Tell. Klar muss man gucken. Er ist 17, wie viele Einsatzminuten der bekommt. Aber natürlich auch ein riesen Talent. Und dadurch machen eben auch die guten Transferfenster. Oder auch das gute Beibehalten vom Kader bei Leverkusen zum Beispiel. Auch bei Leipzig. Dann doch eben nicht mehr so viel Hoffnung, wie es vor diesem Transferfenster der Bayern vielleicht gemacht hätte. Oder unabhängig vom Transferfenster vor dem Bayern vielleicht machen würde. Das ist einfach zu krass, das Fenster, finde ich. Der Kader ist zu krass von den Bayern. Frankfurt-Bayern direkt ein richtig geiler Saisonstart. Auch ein großes Gradmesser für die Bayern, muss man auch so sagen, in Frankfurt. Hier natürlich, Meisterschaft ist gefühlt vorgeplant. Da mal gucken, was der Kader in der Champions League reißen kann. Und vor allem die Bayern auf der 1. Natürlich auch dadurch genau richtig. Und mit auch für mich weiterhin einer der größten Punkte oder Gründe dafür, dass eben der BVB überhaupt eine Meisterschaft hatte, um sie zu choken. Klar, BVB starke Rückrunde. Aber wie das beim Bayern lief, hat glaube ich auch keiner absehen können. Eine wirklich recht niedrige Punktzahl für das, was sie sonst in den letzten Jahren abgerissen haben als Platz 1. Auch in Transfers habe ich mich vertan, wie viele. Mané da ganz vorne mit dabei. Eine komplette FC-Hollywood-Saison, kompletter Wahnsinn. Eine Champions League auch, habe ich angesprochen, auch raus. Also nicht so weit geschafft. Am Ende kein Pokalsieg, nur die Meisterschaft. Also wirklich echt, ich sag mal, maximal Normalität bei den Bayern diese Saison. Und am Ende war es dann echt eine richtig gute Prognose, muss ich echt sagen. Auch meine beste Prognose bisher, ich habe es mal rausgesucht. 2020, 2021 waren es 50 Plätze Unterschied insgesamt und zwei richtige Platzierungen. Letzte Saison waren es insgesamt 56 Plätze Unterschied, aber wenigstens sechs genau richtige Plätze. Diese Saison waren es halt echt insgesamt nur 34 Plätze Unterschied, nur 34 Plätze abgewichen. Das ist echt stark, finde ich. Vier Plätze, genau richtig. Viermal nur einen Platz Unterschied, das nehme ich komplett so mit. Bin sehr zufrieden mit der Prognose. Gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Druck mir selber aufgebaut, weil ob ich so eine Prognose oder so, so eine kleine Punktzahl, die abweicht, nächste Saison nochmal abliefern kann, weiß ich nicht. Natürlich wie immer gerne eure Meinung zur Prognose und auch zur Reaction in den Kommentaren da lassen und gerne auch, falls ihr selber eine gemacht habt, reagiert mal in den Kommentaren quasi selber auf eure Prognose vor der Saison. Falls ihr eine gemacht habt, natürlich wie immer gerne Like und Abo da lassen. Ganz klar Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.